Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Uwe Friedrich und ich bin Präsident der Universität Hildesheim. Ich möchte Sie herzlich einladen, sich über unser Studienangebot zu informieren und die Informationstage, die Internetpräsentation zu benutzen. Ich möchte Sie herzlich einladen, bei der Universität Hildesheim Ihr Studium zu beginnen. Was haben wir im Angebot? 35 Bachelor- und Masterstudiengänge und ein gutes Dutzend von Studienvarianten. Die Studiengänge reichen von den klassischen Lehramtsstudiengängen über Erziehungswissenschaften, Sozial- und Organisationspädagogik, die Kulturwissenschaften in einer sehr speziellen, einmaligen Verbindung mit ästhetischer Praxis, Informations- und Sprachwissenschaften bis hin zu Informatik, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaft Plus. Wir haben sowohl fachwissenschaftliche Schwerpunkte als auch didaktische Schwerpunkte. Wir haben vor allen Dingen Themen, die fächerübergreifend sind und in den Fachbereichen dafür sorgen, dass ein lebhafter Austausch mit den Studierenden über die aktuellen Fragen unserer gesellschaftlichen Entwicklung stattfinden. Bildung, Kultur, Diversität und Digitalisierung sind Leitthemen unserer Universität. Unsere Gesellschaft hat einen Bildungsauftrag und wir sehen an vielen Stellen, dass sei es im Lehramtsstudium oder aber in der Informatik, Defizite da sind, die wir versuchen durch unsere Programme auszugleichen. Wir wollen sie unterstützen und durch eine persönliche Atmosphäre im Studium sie ermuntern, bei uns zu studieren, Bachelor, Master und erfolgreich einen Abschluss zu erwerben. Das gelingt, weil wir eine Universität mit 8.000, 8.500 Studierenden sind. Das heißt, bei uns studieren sie in persönlicher Atmosphäre. Wir anerkennen die Unterschiedlichkeit unserer Studierenden, ob sie Deutschmuttersprachler sind, einen Migrationshintergrund haben, Männer oder Frauen sind. Diversität wird bei uns ernst genommen. Wir wollen sie alle einladen, bei uns mit ihren persönlichen Interessen, persönlichen Bedürfnissen, den Herausforderungen, denen sie sich stellen, zu studieren und wir wollen sie dabei unterstützen. Wir haben Weiterbildungs- und Musikangebote, die ein breites Spektrum anbieten, um ihnen mit ihren besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden. Vor allem, wir verstehen uns als Serviceeinrichtung. Das heißt, unsere Verwaltung, unsere Informationsstellen, die Studienberatung ist dazu da, um sie individuell zu betreuen und im persönlichen Gespräch eine Möglichkeit mit ihnen zu diskutieren, um optimal zu studieren. Wir studieren zurzeit unter erschwerten Rahmenbedingungen. Die Corona-Krise erfordert von uns außergewöhnliche Maßnahmen. Deswegen ist sehr vieles zurzeit digitalisiert im Angebot. Das wird kein Dauerzustand bleiben. Wir wollen als Präsenzuniversität das Persönliche wieder in den Mittelpunkt rücken. Aber zurzeit gilt, wir achten auf Abstand. Wir achten darauf, dass das Infektionsrisiko reduziert wird. Und deshalb bitte ich Sie sehr herzlich, zurzeit von den Online-Angeboten verstärkt Gebrauch zu machen. Sobald es die Lage erlaubt, werden wir zur Präsenzphase zurückkommen. Und noch einmal, uns interessiert Sie zu gewinnen für ein Studium an der Universität Hildesheim, weil wir überzeugt sind, dass wir die Vielfalt unserer Gesellschaft durch individuelle Beratung, durch partnerschaftliches Lernen am besten fördern können. Vielen Dank und herzlich willkommen!